Hallihallo und herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Seit dann gibt es wieder mal ein Video und ja, es gibt ein kleines neues Format, nämlich Geocaching. Und wir sind gerade an einem Ort, wo es einen geben soll, in Neuwilder Elster am Amselstein. Und den suchen wir mal. Und der Geheimhinweis ist ein Baum, der alles hält. Und da denke ich mir fast, dass das der Baum sein könnte. Der hier, weil der stützt ja hier die Mauer schön ab. Gucken wir mal hin hier. Gucken wir mal hier an dem Baum. Ob es ja was Schönes gibt. Bisschen klettern. Und in die Löcher hier reinschauen. Und so vorstellen, dass das hier sein muss, an dem Baum. Weil der stützt ja hier alles. Ich müsste es theoretisch hier irgendwo liegen. Und ja, ich glaube, ich habe es. Vielleicht ist nicht was, was man sieht. Das gucke ich dann nochmal nach. Hier liegt er. Einigermaßen gut versteckt. Und da ist die Dose. Und machen wir es mal auf. Opsala. Gucken wir mal rein hier. So, ein Vokabelheft. Interessant. Ist gar nichts drin. Hm, hier ist gar nichts drin. Stimmt. Aber die tun wir mal rein dann. Ach, jetzt so war das Heft, hä? Aha. Das ist das Ding hier. Das haben sie rausgemacht. Hier, wie Geocache heißt. Und hier ist das Logbuch. Da tragen wir uns jetzt mal ein. Hier ist auch ein Stift dazu. Dann legen wir noch was rein. Mal gucken. Mal gucken. Dritte Zehnte. 23.10. waren die letzten Einträge. Okay. Und am... Schmierschrift kann man nicht erkennt. Na klar. Jetzt tragen wir uns mal ein hier. Die Geocache. So. Genau. Also tragen wir unseren Namen ein. Wie wir heißen. Zeige ich euch dann auch gleich noch einmal. Mal. Und der Geocache war jetzt relativ einfach. Stimmt's? So einfach irgendwie. Finde ich jetzt. So. Stimmt's? Und... So. Äh... Die... Steff... Wenn... Eins. So. So. Ich bin mal auf dem Weg. Ich hab die Kamera auch nicht. Ach. Ist auch nicht. Alles gut. Ups. Da kommt's. Jetzt sieht man's besser. Glaub ich. Genau. So. Da gibt's noch das Datum mit rein. Heute haben wir den... Dreizehnten... 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 ...ölften... ...einundzwanzig. Und jetzt haben wir einfach mal die Uhrzeit noch dazu. Weil wir hier waren. Neun Uhr dreißig. So. So. Da ist rein und wir legen einfach mal... ...ein Bonbon rein. Ein Wärtersbonbon. Ein Wärtersbonbon. Ja. Das Original. Genau. Weil hier in der Kiste ja nichts weiter drinnen war. Der war leer. Der war leer. Der hat noch nie was reingetan. Das wird da ausgeräumt. Und jetzt stecken wir's natürlich wieder hier schön rein. Wo es lag. Wie es gehört. Wird ja auch nicht verstecken. So. Stein. Da lag nämlich nicht richtig davor der Stein. Man hat's nämlich gesehen wo es lag. Das war das... Das war das bisschen einfach. Und... Nein. Ich werde natürlich nicht zeigen. Die Stelle wo es drin lag. Weil das dann nicht mehr so einfach wäre. Wird das nicht mehr ziehen? Mein Handy noch holen. So. Das war's jetzt erstmal mit dem... Ja. Ersten Geocache Video. Es wird noch weitere folgen. Aber der Geocache war einfach so einfach. Viel so einfach. Na dann. Verabschiedet mich für dieses Video. Mit der schönen Aussicht. Auf der Müller Elster. Und wir sehen uns dann bald in den nächsten Videos wieder. Bis bald. Euer Darth Stefan Zockt. Ciao. Ciao, ciao. Haut rein. Und möge die Macht mit euch sein. Bleib betreu Und gesund. Ich bin wieder froh alt. Ich bin wieder froh alt. und